Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Hungerspiele. Wir kämpfen bis zum Tod und ja. Und ich kämpfe übrigens ganz links am Ende der Straße und stecke mich hier. Ich bin ganz oben links. Ich bin in der Mitte irgendwo. Du bist oben auf der Straße oder ganz links auf der Straße? Ganz links auf der Straße. Ich bin auf dem Weg zu dir. Ich habe einen Punkt gefunden, wo mir niemand wehtun kann. Und trainiere meine Fäuste und meinen Baseballschläger. Ich bin gleich da. Müsste ich dich schon irgendwo sehen? Von wo kommst du? Ich glaube nicht, ich komme von oben. Da, ich sehe dich. Okay, also dieses Signal müssen wir auf jeden Fall machen. André, wo bist du? In der Mitte von der Karte. Ich habe mich versteckt. Ich bin dick. Okay, aber komm. Unglaublich. Da vorne läuft jemand rum. Philipp? Ne, warte. Ich bin ganz rechts in der Mitte. Okay, dann wird das eher schwierig. Oder ist echt einer alleine? Ja komm. Dann kann ich hin kommen, komm schon. Hinterher sprinten und dann geben. Kreisen wir ihn ein, komm. Und da bist du. Ja, und ich falle. Ich falle? Ja. Jetzt bin ich wounded. Ich jetzt? Ja, und der Typ bei uns voll ausgeträgst. Ja. Ich hasse es, an Wänden zu laufen. Ja komm, dann lassen wir den und dann gehen wir weiter andere suchen. Ja. Und ein Healthpack für dich. Wollte grad sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich sehe einen. Kann ich sprinten? Mit Shift. Mit normalen Sprint hast du übrigens. Das ist auch dieses Thumpen, was mir Leben zieht. Ja, dann hast du. Ja, das habe ich zum Beispiel auf C gelegt. Ich habe Sprinten jetzt auf Q gelegt. Mach mir nicht so eine Angst, Mann. Entschuldigung. So, wo bin ich jetzt? Ich bin an der, an der Straße. Ja, wir auch. Da oben, komm. Da sind zwei, die prügeln sich. Da vorne prügeln die sich wirklich? Ne, die sind... Ne, das sind Team A. Ich sehe zwei. Habt ihr beide Lampe an? Nein. Nein, das sind wir nicht. Ja, wir sind das nicht. Wir kommen zu dir. Ihr seid die links daneben, ne? Die, die grad mit der Lampe auf dich zulaufen. Ja. Hier sind voll viele. Ich werde gerade einfach voll gehen. Ja, Ville. Wo bist du denn? Mach mal Lampe an. Ja. Da hinten. Dann komm hier rüber. Das auf der anderen Seite sind wir. Ja. Ja. Ja, wartet. Ich komme hier nicht hoch. So. Also komm zwei. Oh, einer hat den Katana. Sollen wir uns den nicht vornehmen zu dritt? Ja. Dann komm. Okay, die ist vorher. Ich bin schon verrundet. Du, 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 du. Ich kann nicht sprinten. Ich kann nicht sprinten. Da ist noch einer links. Da sind noch zwei links. Ich bin auch zu dritt. Dann lass uns versuchen in die Gas Station zu kommen, da sind wir sicher. Ja. Ja. Da ist auch noch einer. Ja. Haben sich alle getroffen hier. Sprinten einfach. Ich kann nicht sprinten. Da ist ein Typ im Bug. Hier ist einer drin. Hier sind mehrere drin. Ich bin badly wounded. Ich hoffe, ich treffe nicht den Falschen. Ja, hier sind alle. Nein, ich gucke die Mine an. Philipp, bist du das hier draußen? Ja. Ja, ich bin hier draußen. Ich versuche nicht im Klo zu verstecken. Da sind alle. Alle sind an dem Punkt jetzt gerade. Ich verstecke mich einfach hier drin. Mir kann hier drin nichts passieren. Bist du da draußen, Daniel? Nein, ich bin drinnen. Hinter dem Ding, wenn die... Geh mal hinter das... Hinter das Ding genau. Geh noch geradeaus und dann dann links zu dem Klo. Mach mal die Klo-Tür auf. Nicht schlagen. Hallo. Hinter dir ist einer. Mit Katana. Aber der ist verwundet. Du auch. Ich weiß. Wo ist der hin? Da ist er. Da ist er. Hast du ihn tot? Kamal getötet! Ein XP noch, dann bin ich Level 4. Wo bist du denn jetzt? Ich bin hier oben. Bist du das? Ja. Ich komm hoch. Hm, mach das mal besser. Hier schießt glaub ich auch noch irgendwer Pfeile. Ja, ich habe drei Feinde in meiner Nähe und die sind alle da unten im Gebäude. Ja, ich weiß. Da hinten läuft auch einer. Komm, wir stampfen einfach auf das Ding da, die richtig panisch werden. Ja, ich hab schon dazu gehört. Da hat jemand das Tor aufgemacht. Können wir auf das Tor jetzt drauf springen? Nein. Alter! Was denn? Doch, du hättest mich geschlagen. Jetzt einen Bogen haben. Jetzt nicht badly wounded sein. Da unten läuft Becoming Crazy. Rechts von dir. Achso. Ja. Ist der wounded? Ja. Ja komm, geh mal runter. Ja. Da drin. Der kann durch die Wand gucken. Hätte ja funktionieren können. Tag this. Ja, ich hab... Komm, überraschungsangriff von hinten. Bam! Aufm Kopf! Level 3. Da ist noch einer in der Tür hier. Mhm. Ich hab ihn getötet. Haben wir noch welche hier drin? Ich glaube nicht. Doch! Da ist noch einer. Ja. Hinterm Tresen. Der hat mich auf einer Rage getroffen. Das geht gar nicht. Ist das eine Throwing-X? Was? Pass auf, der hat eine Über-Range. Sehr schön, Daniel. Jetzt sind nur noch drei Stück. Ja, und einer davon ist Daniel. Jetzt hab ich schon fünf Kills? What the fuck? Einer davon ist da, ja. Der hat auch weiter da. Einer kommt zu dir. Ja. Ja. Da ist er. Und der ist... Der ist verwundet. Hat aber auch einen Katana. Mhm. Yes! Der war auch noch harmless, also der war noch nicht mal irgendwie über Level 1 raus. Ja. Wie... ist der andere verwundet? Ihr seid jetzt eh gleich bei Dingen beim Deathmatch. Achso, wenn's nur noch zwei übrig sind, geht's direkt ins Deathmatch scheinbar. Ja. Ja. Komm, das gewinn ich. Hat der irgendwas zum Werfen? Ne, hat ne Erks. Der ist noch nicht mal verwundet. Aber das ist... But I don't wanna die, also... Ja. Ich glaube, den hast du schon mal besiegen. Der hat ein Hammer. Der langsam Schlaghammer. Oh, dir geht's nicht gut, Daniel. Wie hat der mich denn jetzt getroffen? Frag nicht, das passiert nicht. Aber egal. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.